und damit kehrleute was geht ab und herzlich willkommen zu mario kart speed strife einem mario kart 10 game wenn ihr es ganz genau wissen wollt dass wir mit maus und tastatur spieler halt mit tastatur das könnte was werden wir erstmal die keys anschauen wie öffnet man die in den pfeil tasten gas bremse item auf e ist das laut jump driften auf space und das andere auf xp ok sollte nicht so schwer sein also break ok let's go ja wir fahren die grand prix einmal durch im hunderter ich glaube im hunderter wir spielen als ja komm ich habe noch die donkey kong mütze von der letzten aufnahme an es tut mir leid ich habe gerade eben noch die mario rabbits dlc aufgenommen dann lasst uns doch direkt als donkey kong durchstarten und mal gucken es gibt vier cups mit zu je vier strecken genau stadium circuit donut hills cheap cheap islet und hunter pier damit starten wir noch ich habe schon mal gespielt aber ist schon eine weile her ich würde sagen wir starten einfach mal rein kann ich ok oh gott ok es wird spaß machen ich bin letzter oh yes jetzt nicht mehr oh mein gott das driften ist ganz unangenehm items waren auf e ja perfekt wir bleiben hier schön innen ok kein kann ich nach hinten gucken ok skriften ist bisschen unangenehmer als im normalen game aber ist machbar ohne wo accommodation ok ok link zum things findet der unten in der video beschreibungific ihr selber spielen wollt ist natürlich kostenlos ladet es euch runter bevor nintendo sagt du wirst jetzt gebannt okay also ein bisschen doch ist schon schwer ich würde euch auch empfehlen die tastenbelegung zu ändern habe ich auch schon gemacht wieso driftest du nach rechts ist hier nicht gerade sehr schön nach hinten schauen und das war es schon das war schnell ich glaube die folgen scheinen hier nicht zu all zu lang zu gehen aber nun gut wir sind erster die point spaß machen tut es auf jeden fall okay jetzt kommen die donut hilf sieht das lebt auch viel schneller als in mario kart 8 ist ein bisschen traurig gas okay man hier muss man glaube ich schon früher gas geben und das war ein guter drift das war ein guter drift abkürzen aber unnötig wo das driften ist so unangenehm manchmal driftet man in die falsche richtung also driften ist gewöhnungssache auf jeden fall oh mein gott toll bananen also driften ist ganz schwer das ist mal am panzer schicken der regelt das schon oh gott ok hat den panzer abgeworfen stupid das kann an ihm vorbei scam ok heute mag ich gar nicht er darf jetzt bloß nicht die banane abwerfen wenn ich direkt hin ja ok da waren wir jetzt nur zweiter ist tatsächlich sehr kurz muss ich sagen aber ey dafür macht spaß warum nicht ja gut wir sind jetzt zweiter geworden im durchschnitt sollten wir aber erster sein ja aber weitaus erster wenn wir das halten können wir das nice cheap cheap island jetzt gebe ich von anfang an durch gas mal gucken ob es was bringt also gas gebe ich mit weh und lenken tue ich mit dem pfeiltasten ok sind alle schneller als ich am anfang wobei ich die im laufe des dings ganz schnell überhole oh die musik ganz entspannt geht doch weg nein oi oh ja es ist einem oh yes oh wasser ist schlecht strong gefahren sehr viel wieder rausgeholt glaube ich oh erste runde schon hinter mir ich bin dritter nicht so nice Mario weghauen Mario auch noch weghauen wäre so schön Mario was denn los mit dir heute ok den panzer behalte ich oh er ist explodiert und hat schaden bekommen ich habe so eine explosion im hintergrund gehört könnte das gewesen sein letzte runde kommen jetzt noch mal voll zur konzentration das game ist cool das game ist cool doch für so zwischendurch mal warum nicht wenn ihr keinen bock habt mario kart 8 nochmal für die switch zu kaufen weil ihr schon für die wii u habt das game ist auch cool es gibt vier charaktere zum frei oj oj ojo jodisch und bis heute gar nicht hat es noch kein einziges mal getroffen Richtiger profi hier am werk jahres sind dann ladet euch das game auf den pc es macht war es war mario es macht spaß macht laune also warum nicht und da ich sowieso nichts anderes zur zeit habe und sie kommt sie zum maximal körst aus und vorne ok 42 punkte wir bleiben erst da sieht schon mal gut aus der haunted pier und ich weiß nicht ob es ursprünglich von der ist aber ich kenne es zumindest vom ds das war geplant natürlich aber die gegner fallen genauso runter ok es ist also nicht so dass das level an sich einfach ist nicht so nice nicht so nice bitte weg von der baum ich war noch drauf aber ich habe nach links gelenkt weil ich dachte jetzt falle ich sonst runter also die hitboxen von der von der stage sind ok wo ich bin schon wieder letztes doch weiß ich nicht ob ich mich jetzt über den pilz freuen soll oder nicht nicht wenn tot er so macht ihr mene ist das knapp jedes mal egal sauber und ordentlich abgeräumt jetzt roter kommt roter pilz ok ok jetzt vollgas hier ein bisschen speed rausholen ich erschrecke mich jedes mal ich erschrecke mich jedes mal warum ist peach eigentlich schneller warum bin ich letzter das ist ein schweres level meiner Meinung nach bis jetzt das schwerste ok aber jetzt wird hier ein bisschen aufgewollt das wollte ich nicht ich habe alle drei verschwendet das ist unfair das ist mega unfair gib mir irgendwas ja er macht die banane weg cool das wollte ich nicht waluigi geh weg dritter wenigstens komm wieso wurde vario gerade nicht getroffen oh ich bin dem auch ausgewichen hä nein 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 boah war das knapp oh mein gott war das gerade knapp oh mein gott war das hu 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 aua 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 das war das war ordentlich knapp aber wir sind noch erster sehr schön das wars schon 10 minuten ja ok 10 minuten für einen cup es gibt 4 finde ich nice und new character has been unlocked you can now play as bowie und wie Bowser sich steuert sehen wir in der nächsten Folge wer euch das ganze gefallen hat sagt das gerne mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann und ciao ciao Leute bis dann 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 bis dann